Ich bin Christian Lüttke, der neue Küchenchef der Mensa Fechter. Wir sind hier gerade bei der Eröffnung der Mensa Fechter und jetzt kommen gerade alle Gäste. Tress dich heute? Ja. Was müssen sie heute alles machen? Wir mussten heute vorbereiten die Erbsensuppe, die Spaghetti Bolognese gibt es heute, dann gibt es noch Couscous mit Champion und Paprika. Des Weiteren gibt es noch einen schnellen Teller mit Blätterteig, Tasche und natürlich unser Standard Pommes. Wir waren zwei Wochen mit dem Umzug beschäftigt, natürlich mit großen und kleinen Problemen, die der Umzug natürlich mit einem mit herbringt, haben zu 80 Prozent alle Sachen drüben und können damit aber gut arbeiten. Sind Sie froh hier zu sein? Ja. Wie ist es so? Der erste Eindruck von der neuen Mensa? Super, sehr schön geworden. ? Ja. Dankeschön für die Unterstützung, Reinigung, Perfekte Organisationen, Unterstützung für das Team. Vorfälliger Einsatz, liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Freunde. Untertitelung des ZDF, 2020